56 Einbrüche, 20.000 Euro Sachschaden und Beute im Wert von über 4.000 Euro. Eine dreiköpfige Einbrecherbande hat über Monate hinweg in Schwaben und Oberbayern ihr Unwesen getrieben. Ihr Beuteziel? Kindergärten. 30 Mal sind die Täter alleine in München eingestiegen. Am 20. Dezember wird einer von ihnen auf frischer Tat ertappt, denn die Polizei hatte ihn bereits auf dem Schirm. In enger Zusammenarbeit mit dem Präsidium Schwaben Nord und der sachleitenden Staatsanwältin in München wurden entsprechende Beschlüsse erwirkt, um diese Personen überwachen zu können. Kurze Zeit später klicken auch bei seinen Komplizen die Handschellen. Der Ermittlungsrichter erlässt gegen alle drei Männer Haftbefehle. Verdacht auf Bandendiebstahl. Auf ihren Beutezügen sollen die Männer die Rücklagen der Kindergärten entwendet haben. Sogar an den Kühlschränken sollen sie sich bedient haben. Die Täter hatten es überwiegend auf Bargeldbeträge abgesehen. Alle drei haben Bezüge zum Betäubungsmittelkriminalität und vermutlich wurde das Geld hier auch eingesetzt oder zum Lebensunterhalt verwendet. Um besser gegen Einbrüche gewappnet zu sein, bietet die Polizei kostenlose Beratungsgespräche an. Da kommt dann ein Fachmann von der Kriminalpolizei, von der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle und der schaut sich die verschiedenen Stellen in der Wohnung an oder in einer Firma an, worüber Einbrecher in der Regel eindringen. Sei es die Tür, sei es die Terrasse, sei es das Fenster, sei es das Kellerfenster und gibt dann eben Tipps und Tricks, wie man sich davor schützen kann oder wie man es den Einbrechern schwerer machen kann. Auch telefonisch kann man sich von der Polizei beraten lassen. Solange Sie in München wohnen oder ansässig sind, können Sie bei uns anrufen unter der 29 10 34 30. Von Montag bis Donnerstag, 9 Uhr bis 12 Uhr kann man einen Termin ausmachen, der dann auch in der Regel vor Ort durchgeführt wird. Schutzlos ausgeliefert ist also niemand. Es kommt auf die richtige Vorbereitung an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017